Mal schauen, ob die Wahl weise war. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge WREGFEST! 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 Zusammen mit dem... Erik, dem A... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist es voll los, ja. Ja, erstmal zurücksetzen. Äh, mit dem Erik, dem Alex, dem Timi... Das bin ich. Dabei. Oder jetzt erstmal noch ohne Juli. Der muss wieder Updates machen und, äh, ja. Wuhu! Man kennt's halt. Und was? Man wird automatisch zurückgenennt? Ja, wenn du in die Mitte fällst, oder? Ja, wenn du in die Mitte fällst, oder? Ja. Wreck mit dir! Ha! Ausgedreht! Wer kriegt denn da vorne? Ja, da war einer wunderschönen Stand. Ja. Und das war auch noch ein Bot. Auch. Haha. Schön, den Bot erstmal loben. Haha. Ich hab's echt gesagt, dass... Ja, doch, ich hab's gesagt. Aber die Bots sind eigentlich echt nicht schlecht in den Gamby-Falten. Natürlich. Teilweise, ja. Manche sind echt dumm, manche fahre ich zu. Ja, aber ich mein, die fahren halt schön random halt. Ja, das auch. Ja, ja. Ja. Nein, lass mich! Puh! Holy shit! Echt? Jetzt sind aber nur ein paar Karten, oder? Das ist direkt vor mir der, oder? Haha. Das wäre... Was soll das? Mein Gott. Oh. Ich fahre einfach in jeder Ecke gegen die Wand. Haha. Sehr gut. Was hat er denn für eine Position? Ich bin gerade auf der 4. Nein, ich hab den falschen Sprung genommen. Haha. Ich vergesse es immer wieder, dass man da nicht gerade ausfahren darf. Ach so, ja. Ja. Auf der rechten Seite, da. Ja, auf der rechten Seite, bei der letzten... Ja. Okay, und da bin ich auf dem Dach gelandet. Was? Uiuiuiui, was geht denn da hinter mir durch? Oh Gott. Haha. Oh! Erik folgt mal hinter mir. Man sollte auch vorsicht gucken, wenn man... Ja. Kann man das anschieben? Oh Gott. Ja, Chip! Chip! Ja? Chip! Hatte den Ruf! Alter, dein Wackzimmer hat mich gerade möglichst weggerannt. Ups. Fehl davon gemacht. Sechste Runde. Acht Runden sind irgendwie lang. Na, das geht. Ach so, ich hab da nicht sogar... Oder seid ihr schon dem Tod so nah? Nö. Ich hab tatsächlich noch 31 HP. Und bin dabei einmal auf voll die Reifen geflückt. Also ich hab 64. Ich hab 86. Okay, alles auf Erik. Aber ich glaub, er ist gleichzeitig auf letzter, oder? Von uns? Und Sechster? Huuuuh! Fehl davon gemacht! Ich bin hinter dir. Ja, das weiß ich. Und Frames? Ich überrunde gerade Nico. Und jetzt nicht mehr. Autsch! Bim! Gern geschehen. Mach! Ich glaub, dir hat's mehr geschah, der ist hier, oder? Ja. Warte, ich fahr grad über die Team. Einer ist jetzt hier. Einer ist jetzt hier. Ich hab noch ne ganze Runde. Ja. Aber Prez hat mich auch grad überrundet schon. Ja, immer diese DLC nix. Nein! Oh, 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 oh. Ich werd hier runter, Alter. Wie viele sind hier gestorben? Ja. Da sterben gerne Leute. Ja. Und auf der Ziege geraten. Ich werd das Rennen ja gar nicht mehr... Oh, nö. 20 Sekunden noch. Die erste Runde hat 40 Sekunden. Und das wird nicht ein Kind kommen. Oh, nee. Warum fahren die anderen genau so gut? Ich bin aber 12. Ich bin 12. Ich bin nicht mal so scheiße. Na, wenn ich's mit uns vergleiche. 4,5, 8. Oh. Dann kommst du mit 12. Na gut. Ja. Treppchen knapp verpasst. Leider. Jo, stimmt. Um 200 Millisekunden. Das war mit nem B-Klasse-Wagen eigentlich auch nicht mein Ziel. Was ist das denn, Leute? Gott. Das ist Eiswahn. Ey, ich bin ein Eiswahn. Ich bin ein Eiswahn. Oh, einer fährt mit. So war hier oben. Ich bin ein Eiswahn. 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 weise war und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge WRECKFEST James! Ja, sorry, du warst im Weg Jo, und Decofe haben sich einige verabschiedet Alex! Ja, Karma So, rausgedreht Alter, der Bus ist immer noch vor mir Erik, mach den mal weg Nee, so geht das nicht, so geht dein Bus nicht weg Das scheiß Sofa hier auf der Strecke Nein, Gott eh, LOL Warum nicht das Sofa? Vor allem das Sofa konnte man auch null weg ran Ja, ich bin gerade voll an dem Henkel Ja, ich auch So, Bus! Ich hab ne Punkte rausgegeben, kriegst du jetzt gut raus, ey Oh, ich hab ne 10 Punkte Blechschaden beim Bus Super, Nico! Dann steht mir beide hier Hast du gut gemacht? Ja, bin ich auch Aber irgendwie für das ganze Gerammer hab ich noch erstaunlich viel HP Ich hab noch 96, glaubst Ja, ich hab 86 Ich hab 30 Irgendwie mit deiner kleinen Scheißkarre da Ja, aber ich, direkt nach dem Start, wurde mir schon die Hälfte abgezogen Sehr gut In dem Masken Crash Mit Eric Ja, jetzt hab ich 8 HP und Danke Alex Schön, dass du's auch noch gesagt hast, wieviel HP du hast Wir haben uns vielleicht nicht auf dem Weg vorbeigefahren So, jetzt verpiss dich ja So, Garten Ah, Eric ist erst perfekt So, jetzt versuch'n einmal die Innen nicht aus der Kurve zu fliegen Das hat ja eher mäßig gekappt worden Ich glaub, du musst wieder anfangen mit Nenka zu fliegen Dann haben wir dafür schon Sport gemacht, die ganze Lunge Ja Wenn Fitnessstudios und sowas schon nicht aufhaben Hast du wenigstens Nenka Ja, da geht man doch sonst auch nicht Ja, okay Aber man hat ein Abo Fürs Ego So, wenn man denkt, dass man was Hey Alex Bis hinter mir? Nein! Na, was geht? Tschüss! Ich dachte, ich dachte Aha Aber Alex, dein Wagen hält echt viel aus Ja, der ist eigentlich gar nicht schlecht Alex Ja, und Eric auch gleich hinter dir Und der Alex Ja Aber der ist nicht tötbar Nicht wie du Uuuuuhhhhhh Schlesch, schlesch, schlesch Wieso nicht? Hahaha Hast du grad mit ihn abgedrängt? Hä? Er wollte mich drehen und dann hab ich ihn abgesenkt Unabsichtlich aber Oh, da liegt auch noch einer Tschüss Oh Äh, ja Oh Äh, ja Zielgerade Ah Ja Ja Wenigstens Fans getötet Ja Ja Ich hab mich extra dir geopfert Ja Ja Lieber von dir als von irgendjemand anderem Ja Es sind auch noch, von der letzten Aufnahme sind zwei Rennen über aber Ja Ja, die kannst du dann ja noch irgendwo zwischen reinschieben Ja So Plötzlich ist dann Eric und In meinem Lol da, guck mal J-Pi In meinem Chat wird Deutsch geschrieben Er ist nicht, wär schon mal gut verstanden Jo Ich nicht, ich bin Cutletzter Ja, hallo Eric So Jetzt bin ich Vorletzter Hallo Eric Ich hab den schön umgedreht Alter Weg hier, weg hier rennen wenn er vorausgeschnitten und so jetzt hast du wenigstens die perspektive von hier auch ja genau ich kenne jetzt einfach hier alles wenn ich hier sehe darf die vier bis da wurde jemand abgewäumt ich blende jetzt einfach die spielernamen aus und sage das jetzt fahr ich wenigstens hinter einem von uns ja genau nein das ist ja richtig goldfarben bei dir auf der seite ja auch schön mitgenommen ach das war zu ja klatsch demoniert da fährt er noch zu viel hp und hier bin ich mittig genug erwischt ja da war die mann ich bin jetzt auch gleich im arsch hier da überholt mich einer fährt in die wand und stürmt das ist ja das kann nicht sein vor allem du bist der lkw vor mir oder ja ich bin der bus ach der bus der rosa bus das kann nicht hoa huiuiuiuiuiui ging ja eigentlich sogar noch ging ja ja du kommst sogar wir können nachher wieder gas geben das kann nicht nicht ja das war's ich habe schön crashen gehört hinter mir ja das war aber knabbar ja wenn ich den sogar in meinem bild noch sehe ja ja vermutlich hat der nicht auch noch ein platz zu gesehen so hallo schlaft lkw kaputt oh 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 wie viele leben oh lol es leben nur noch 13 10 sind tot ja du musst einfach überleben in diesem auf so einer map hier aber in der achterform ich bin echt zufrieden mit dem auto hier also das hält echt viel aus das ist das was Frems da auch immer verwendet hat hinten und Sack oben drauf oder drin keine ahnung warwagon oder ja doch Frems du hast es nur anders lackiert du hast es blau und rot lackiert ja aber in letzter zeit hatte ich eine rakete obendrauf montiert das stimmt ah der Sarg ist auch lustig ja wenn der manchmal rausfällt hin oh ein die sehen so ja das war das Auto ja gut dass ich nicht so drüber gefahren bin das hättest du sein können der ist wahrscheinlich nicht der erste der ist halt egal das ist ein vermutlich jeder gewesen ich habe Alex noch überholt das ist gar nicht mitbekommen die Autos einfach weggeschoben oder wenn es liegt ein schönes Ende ja überlebt alles alles was ich wollte das war ein nettes Ende ich hoffe euch hat es gefallen das war es wieder für heute wir sehen uns das nächste Mal wieder bis dahin tschüss 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 tschüss